Untertitelung des ZDF, 2020 Das muss dir nicht peinlich sein. Das ist völlig normal, wenn man Stress abbauen will. Ich mach's anders. Ich springe Seil. Rose, ich bitte dich. Der einzige Nachteil ist, mir wird ganz heiß, wenn ich trainiere. Und ich schwitze am ganzen Körper und die Kleider kleben mir auf der Haut. Dann geh ich unter die heiße Dusche mit ganz viel Schaum. Und weiter? Rose? Ach, verdammt. Tut mir leid, dass ich bei dir reingeplatzt bin. Ich dachte, du wärst fertig mit dem Video und so weiter.